In Paris, in der Rue Madeleine, da hab ich einen Engel gesehen. Und er lachte mich an und dann lud ich ihn ein und wir waren im Himmel zu zweit. Ja, die Rue Madeleine in Paris ist für mich nun ein Stück Paradies, darum bin ich so gern sie verstehen. In Paris, in der Rue Madeleine, mit der Rue Madeleine, Ja, die Welt ist wunderbar, hier ist's schön, dort ist's schön, doch mein größtes Wunder war folgende Begegnung in Paris, in der Rue Madeleine. Da hab ich einen Engel gesehen und er lachte mich an und dann lud ich hinein und wir waren im Himmel zu zwein. Ja, die Rue Madeleine in Paris. Ist für mich nun ein Stück Paradies, darum will ich so gern sie verstehen, in Paris, in der Rue Madeleine. Ja, die Rue Madeleine in Paris. 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 Ja, die Rue Madeleine in Paris.